Einfach eine super Nummer. Also wenn du was über dich lernen willst, wenn du lernen willst, wie man einen Bau umbaut und viel Spaß beim Schießen haben willst, solltest du auf alle Fälle beim Kurs mitmachen. War eine tolle Erfahrung mit dem Lars zusammen. Echt top. Hat alles super erklärt. Ich fand es echt genial. Tolle Erfahrung und würde mich freuen, den nächsten Morgen auch wieder beim Lars zu bauen.